Heute mit Alexandra Kröber. Und damit willkommen bei NANO. Die Zahl der Drogentoten in Deutschland ist zum vierten Mal in Folge um fast 20% gestiegen. Das geht aus einem heute vorgestellten Bericht hervor. Ist die Verbotspolitik vielleicht doch gescheitert? Sollten wir vielleicht nicht doch mehr auf Prävention und soziale Inklusion setzen? Eines unserer Themen, hier die anderen. Wussten Sie, dass Heroin Ende des 19. Jahrhunderts das erste Mal hergestellt wurde? Und zwar als Medikament. Zuerst als Husten und Schmerzmittel, dann im ganz großen Stil von Bayer vertrieben. So ziemlich gegen alles. Heute kauft man gegen Kopfschmerzen in der Apotheke eine Aspirin. Früher Heroin. Erst Anfang der 70er wurde in Deutschland endgültig Heroin zur illegalen Droge erklärt. Und seitdem verfolgt Deutschland eine ziemlich restriktive Drogenpolitik. Der heute vorgelegte Jahresbericht zeigt, die Zahl der Drogentoten ist gestiegen. Das kriminelle Geschäft mit den Drogen floriert. Ist unsere Verbotspolitik gescheitert? In Portugal jedenfalls gibt es weitaus weniger Drogenkriminalität und auch die Zahl der Drogentoten ist gesunken. Das Land geht seit einigen Jahren nämlich gänzlich andere Wege. Und ausgerechnet heute haben Zollfahnder in Rotterdam die spektakuläre Menge von drei Tonnen Kokain entdeckt, die nach Deutschland sollten. Straßenverkehrswert 100 Millionen Euro. Trotzdem ein vergleichsweise kleiner Sieg im Kampf gegen die Drogenmafia. Auch der Kampf gegen Cyberkriminelle wird immer schwieriger. Erst vor kurzem gelang es so einer Truppe, 60 Rechner am Fraunhofer-Institut lahmzulegen. Dieser Vorfall reiht sich in eine ganze Serie von Hackerangriffen ein, von denen auch die Wirtschaft immer mehr betroffen ist. Nun warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auch ganz konkret vor Hackerangriffen auf Flugzeuge und Autos. Sich ständig und überall zu vernetzen, ob das wirklich so schlau ist? Mit dieser Frage beschäftigt sich auch die Dokumentation Smart Living. Wie clever ist die Zukunft? Heute Abend auf 3 Satz, 20.15 Uhr. Technik, die begeistert. Solche und ähnlich griffige Werbeslogans der Autohersteller haben sich bei uns eingebrannt. Und wir vertrauen darauf, dass diese Technik nicht nur modern, sondern vor allem sicher ist. Einparkhilfen, Tempomat, Freisprechanlage, das ist ziemlich komfortabel und erleichtert so einiges im Straßenverkehr. Mit dem Funkautoschlüssel, auch so ein Vorsprung durch Technik, haben aber auch Autodiebe leichtes Spiel. Schon seit einiger Zeit gibt es so etwas wie eine Zurück-zur-Natur-Sehnsucht. Wochenendeausflüge in den Harz statt auf den Berliner Kuhdamm, regionale Lebensmittel vom Bauernhof statt Geschmacksverstärker aus der Tiefkühltruhe. Und lieber mal eine Woche ohne Salami und Steak als Billigfleisch aus Massentierhaltung. Und es zeigt sich, das Bewusstsein für die Natur hat auch etwas mit unserem Konsumverhalten zu tun. Von wegen, wir Konsumenten sind alleine schuld, weil wir immer unbedingt Schnitzelbrötchen von der Tankstelle für 2 Euro essen wollen. Ob nun Schnitzelbrötchen oder Kaviar so richtig Appetit hatte, Wladimir Putin gestern bestimmt nicht. Denn der lang geplante und ersehnte Start der Sojus vom neuen Weltraumbahnhof Vostoczni konnte nicht wie geplant durchgeführt werden. Heute aber hat es geklappt. Putin ist dem Himmel jetzt ein Stück näher. Und jetzt zu einem unschönbaren Multitalent des Alltags. Und wir entlassen Sie in einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen was. Bis morgen. Tschüss.